Metal Leute, Servus und Herzlich Willkommen So, ich habe mir heute gedacht, wir machen jetzt nochmal das Gewinnspiel Eigentlich war es ja so geplant, dass ich das in irgendeinem Video unterbaue, irgendeinen Bau Irgendwie habe ich das noch nicht gekriegt So, und weil ich das Gewinnspielerzähler am Sonntag euch entscheiden lassen will, wer gewonnen hat Machen wir das jetzt folgendermaßen Die Challenge wird so aussehen Ihr zeichnet ein Logo für mich Der Gewinner bekommt die Sieg and Destroy Außerdem bekommen die 10 besten Teilnehmer Also ich werde, da ist eine E-Mail-Adresse, die blende ich am Ende nochmal ein Die 10 besten Sieger kriegen die Sieg and Destroy Also der erste Sieger kriegt die Sieg and Destroy Und alle anderen Mitmachtteilnehmer, wie auch immer, bekommen eine Autogrammkarte Sobald ich die Autogrammkarten habe Gut, alles andere wird das so laufen Ihr sollt mir ein Logo erstellen Mit einem Drachen Selbst gezeichnet, wohlgemerkt Und ja Die 10 besten werde ich dann am Sonntag im Video preisgeben Das heißt, ihr könnt euch die dann anschauen Die 10 besten oder die 15 besten, das kommt darauf an, wie viele Einsendungen ich bekomme Die 10 bis 15 besten Drachen werde ich mit ins Video aufnehmen Kann ich euch dann zeigen Dann könnt ihr euch die anschauen Und könnt am Ende vom Video oder halt während des Video läuft bei euch Könnt ihr dann sagen, Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4, Nummer 10, Nummer 12 oder Nummer 15 Je nachdem welches Bild es war Wird auch immer nur mal mit eingeblendet sein Und so weiter Also Ja, braucht ihr nicht irgendwie glauben, dass ich da was mache So Könnt ihr euch also mal anschauen Ansonsten Ja, wünsche ich euch viel Spaß beim Zeichnen Und Ja, dann machen wir einfach einen kleinen Challenge Und ich bin gespannt Was ich für Bilder von euch bekomme So Hier nochmal die E-Mail-Adresse Dann Die Regeln sind klar Kein Bescheißen Eine Einsendung pro Person Ich denke, das ist klar Und Ja, wie gesagt Der Beste bekommt die Seag & Destroy Ist noch original verpackt Noch optimal in Schuss Ja Habe ich noch nie angeschaut Habe ich mir irgendwann mal geschenkt bekommen Passt So Dann danke ich euch fürs Zuschauen Metal und fröhliches Zeichnen Bis dahin Und bis Sonntag Achso Einsendungsschluss Darf ich nicht vergessen Einsendungsschluss ist bis Samstag um 12 Uhr Das heißt Samstag diese Woche Das ist der Das ist der 22. Ja Bis zum 22. Habt ihr Zeit 12 Uhr Und alles danach werde ich nicht Das sehe ich ja immer in meiner E-Mail angezeigt Alles danach werde ich nicht Mehr annehmen Also bis Maximal 12 Uhr Und Ja Dann wünsche ich wie gesagt Fröhliches Zeichnen Metal Und bin ich mal gespannt Was ich so bekomme von euch Danke Und ciao Leute Bis zum nächsten Mal